Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Nur noch wenige Tage bis zum 4. Advent und doch ist im Bayerischen Landtag noch nichts von der Stadenzeit zu spüren. Ganz im Gegenteil. An den drei Plenarsitzungstagen dieser Woche beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Bayerischen Klimaschutzgesetz, Dringlichkeitsanträgen und dem Haushaltsplan fürs kommende Jahr. Das verspricht schon ab 11. Januar spannend zu werden. Denn dann zieht sich unsere gesamte Fraktion zur Winterklausur ins oberbayerische Kieming zurück. Top-Thema ist einmal mehr unsere Forderung nach ersatzloser Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Denn die von unserem Koalitionspartner ins Spiel gebrachte Erhöhung der Steuerfreibeträge kann nur ein erster Schritt auf den Weg zu einer vollständigen Abschaffung sein. Bei der Tagung stellen wir außerdem die Fragen, was faire Steuerpolitik ist. Kompetente Antworten darauf werden uns zwei der bekanntesten Wirtschaftsexperten Bayerns geben. VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossard und Professor Clemens Füst vom Münchner IFO-Institut. Zu den Folgen der Energiekrise äußern sich Leistungsträger unserer Gesellschaft, darunter Handwerk, verarbeitende Betriebe, dezentrale Energieerzeuger, Landes-, Bauernschaft- und Ehrenamt. Und um Energieknappheit vorzubeugen, wollen wir die umweltverträgliche Stärkung der kleinen Wasserkraft voranbringen. Ihr seht, wir haben uns viel vorgenommen, um die Menschen auch im kommenden Jahr zu entlasten und das Beste herauszuholen für unsere gemeinsame Heimat Bayern. Jetzt aber bedanke ich mich erst einmal für eure Treue beim Zuschauen. Ich wünsche euch eine erholsame Zeit mit euren Familien, frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr 2023. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl Freie Wähler Landtagsfraktion